Ich habe ja nicht gemerkt, wo die ganzen Bäume stehen. Das heißt, wir müssen die gesamte Insel ablaufen, nur wegen dem Kram, was er benötigt. Das hat aber auch für mich einen Vorteil. Eigentlich wollte ich jetzt das Zeug ja verkaufen. Ja, ja, Körbe sind leer, besser mein Gepäck, was bezahlte für ein Apfel? Für ein Apfel bezahlte zwei Pärlen. Okay. Genau, eine Perle, Zitronen, drei Pärlen. Orange, vier, zwei Pärlen. Okay. 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 Kostet 150 mit dicker Leine. Die Router hat eine feste Leine und einen guten Schwimmer. Die Fische kommt nur sehr, sehr schwer. Kostet 150. Du brauchst keine Köder mehr. Du könntest theoretisch jeden Köder verkaufen. Ein Stich ein Loch. Kostet 200. Der Schuss ist tödlich. Das wäre mir lieber. Fettbäumen mit 3 Heben. Das ist mir egal. Da habe ich endliches. Genau. Da kann auch mal die schon. Und. Achso. Okay. Jawohl. Silberpokal. Silberpokal. Alles genau. Du hast alle Werkstücke auf Stufe 2. Okay. Das hört sich doch schon mal gut an. Äh. Ja. Bäume fallen. Erforscht. Ich nehme mal an. Gold ist eine 100% Erforschung. Silberpokal für 500 Bären. Und 6 Tortunen gefunden. Jawohl. Okay. Äh. So. Jetzt. Müssen wir erstmal. Weil er alles zusammen ist. Ja. Da haben wir hier. Ja. Ja. Mann. Eist. Das ist ein Äpfel. So. So. Da haben wir schon mal. Ja. 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 5 Äpfel. Das trifft sich ja gut. Ach. Ja. Steht gleich einer. Okay. Wenn ich nochmal eine brauche. Dann weiß ich gleich Bescheid. Das mach ich mal hier hoch. Hier am linken Äpfel. Ähm. Also es gibt es noch nicht. Da läuft er einfach einfach los. Also kann nicht sein. 50 Äpfel tötet. Ach. Da ist auch ein Goldbucher. Super. So. Dann können wir ja trappen putern gleich. Hält. Ich war jetzt nicht viel gebraucht. Hey. Ich muss. Hey. Ich bin hier mitnehmen. So. Und das eigentliche. Ach. Das ist ein Rufungsstein. Ach gut. So. Ähm. Gut. Da ist ein Ast. Sollen wir gleiche brauchen. Mimi hörtet immer noch Mike. Hier sind Orangen. So. Äh. Spiel gespeichert. Hier sind Bananen. Die Drohne habe ich jetzt noch nicht wieder gefunden. Ich gehe mal was zu essen. So. Äh. Im Nordwald. Da ist ein Äpfel. Ah. Hier sind Zitronen. Okay. Das kann ja nicht sein. Das ist total typisch. Genau das was ich einsammle. Wird mir aber geklaut. Es ist eine Frechheit. Wieso. So. So. Ähm. Ein Mist ist das. So. Jetzt können wir mal gucken. Jetzt hier. Das Problem ist. Wo sind jetzt die Blöden. Äh. So. Hier sind Zitronen. So. Okay. Okay. Achso. Okay. 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 So. So. Da sind Zitronen. Moment. Ähm. Ähm. Da sind die Zitronen. So. Dann habe ich hier auch mitnehmen. Was kann ich überhaupt überhaupt. Die können jetzt die 200. Ja. Jetzt plötzlich. So. Gut. Ich habe Frut für dich. Sehr gut. Jetzt geh gehst du die Vegetarine. Zitronen, Zitronen, Fuki. Okay. Okay. Take these seeds. What for? If someone sees you giving me goods. And me giving you nothing in return. He will expect something's wrong. If you take the seeds. He will think you're working for me. Okay. I'll take them. Okay. Salmen. Salmen. 100 Stück. Okay. Bestehen. So. Äh. Ja. Das war ganz schön. Und auch abgel... So. Äh. Ja. Das wird gar nicht so einfach. So. Jetzt werden wir gleich mal was essen. Okay. So. Gut. Dann gehen wir mal. So. 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 Ich will ja einsammeln. Was soll denn das schon mal? klar. Okay. Okay. Ich will ja einsammeln. Ja. 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 Heute ist es, es ist, dass man sich selber aussuchen können bei den Salmen was. man haben möchte und dann wollte ich das dass man die sorgen da man kaufen muss so ok so und so noch mal Kartoffeln, Kartoffeln, rüber ja und das ist genau das problem mit den Kartoffeln ja Fungi gibt es doch vorne noch mal ja zwei Kartoffeln auch mal wieder, ok gut, jetzt haben wir Hunger, dann kannst du auch was essen mal gleich die Zitrone hier ein ok, einmal Kartoffeln, einmal Kartoffeln und einmal auch schon alles so, weiter gehts und ab wir zurück ins Dorf ich gehe auch schneller jetzt als die Dacht ab ich habe noch 22, ok, das müsste noch passen hoffentlich werde ich jetzt noch irgendwas haben so, guck mal, schauen wir mal ähm hätten die nicht irgendwie ne Werk ne, im Werkpunkt kann die gar nicht stehen, ja so gut äh, wie viel Krabben brauch ich? ich glaube ich bin jetzt 20er, ich glaube ich gesehen ne, 10er 5 Fischer gut äh, ja da machen wir gleich Krabben und Angeln ein Fischchen ein Fischchen weiter Fisch ah, es geht ein bisschen mit der Angeln geht es wesentlich schneller dritte Fisch dritte Fisch ja, das war klar hm äh, toll ein Glück muss man haben na na wir sind zu früh jetzt vierte Fisch und ja ich habe auch gleich und der fünfte Fisch fünfte Fisch 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 und fisch 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 Vielen Dank.